hallo da ist nur ganz kurz ein update zur gasprom aktie ich weiß schon wieder gasprom aktie aber ich finde halt einfach super interessant eigentlich schon fast gruselig wie wie vorhersagbar diese aktie ist ich hatte euch an den vorigen videos gesagt dass wir die fünf euro bei höchstwahrscheinlich ankratzen könnten und werden und bis sind es auch und letztendlich sieht man jetzt innerhalb von zwei tagen oder so zehn prozent runter und ich habe letztendlich hier sozusagen abstauberlimits sogenannte abstauberlimits schon schon reingelegt gehabt als die aktien aktien auch über fünf euro war und man kann hier noch mal ganz kurz schauen dieser moving average von nicht der 50er der 200 mit dem arbeite ich immer am liebsten ein bisschen längerfristige entscheidungen dadurch eben ich auch fälle der liegt ja nach wie vor bei 4,24 und ich kann euch eins sagen ungefähr ja ich habe so drei vier fünf verschiedene orders ja ein kauf kostet und mit ihr hat ungefähr bei bei die gero eine gebühr von von 2,50 euro also ich leiste mir dann eben im gegensatz zu anderen brokern die halt eine gebühr haben von zehn euro dann teile ich halt eine order auch gerne mal in drei vier fünf stücke auf teile auf und habe hier sozusagen bei unterschiedlichen limits also sozusagen nachkauf abstauber oder das zusätzlich zu meinem monatlichen relativ geringen dauerauftrag sozusagen ja das von ungefähr 300 stück und also hier bei 42 so um die 420 430 um um den dreherum habe ich dann so 34 orders mit jeweils 1000 stück um halt sozusagen mitten zum tieferen preis noch mal nachzukaufen und soeben meine position von gasbommern noch mal weiter auszubauen weil ich will ja relativ schnell also mein ziel ist es allein mit der aktie sagen mal innerhalb der nächsten zwei bis drei jahre eine position zu haben wo ich sagen mal wer weiß schon wie viel dividende in drei jahren ausgeschüttet wird aber einfach alles natürlich sind es nur schätzwerte ja aber jetzt gehen wir mal davon aus wir haben 50 prozent 50 cent die aktie dividende im schnitt wahrscheinlich sind sogar ein bisschen mehr dann wollen sie die dividende noch mal erhöhen und so weiter aber jetzt haben wir jetzt wenig gerechnet 50 cent ja dann möchte ich halt sagen wir mal meine 24.000 euro dividende im jahr mit dieser aktie da kannst du ja rückwärts rechnen wie viele du dann eben brauchst dann brauchst du halt ungefähr 40.000 stück oder sowas in den dreherum und so wie es aussieht also wie es aussieht werde ich es auch erreichen können bis sagen mal 2025 keiner weiß halt irgend die zukunft ja aber das ist halt so ein bisschen der plan und wenn wenn halt die aktie abstürzt auf sagen wir aufs auf 200 tages level niveau oder auch wieder drunter dann kaufe ich halt mit etwas größeren summen wieder nach und ich denke mal dass das jetzt einfach die leute die halt einfach diesen run mitgenommen haben hier so ab vier euro oder darunter bis fünf euro einfach mal sagen okay ich nehme auch mal jetzt gewinne mit und das war für mich ist es jetzt auch überhaupt keine überraschung ganz im gegenteil ich habe eigentlich schon fast jeden tag drauf geschaut und gewartet wann sie denn endlich mal wieder fällt ja es ist kontrovers und grotesk und einige erwarten jetzt auch so eine kleine korrektur in den nächsten wochen so dass ich sozusagen eine marktabkühlung in ganzer breite das heißt auch die ganzen wasserstoffaktien elektroaktien und alles mögliche was dazu gelaufen ist nebenbei bemerkt ich habe natürlich nach wie vor eine position auch in solchen aktien sollte ich eigentlich mal besonders ein video darüber machen ich hatte das eigentlich schon komplett vergessen dass ich da ja irgendwann mal der laser gekauft habe ja ich habe dann auch weil das aktien da wo ich sozusagen da habe ich das erste mal habe bin ich eingestiegen als ich halt bei bei der börsen punk show der halt immer wieder auf den laser hingewiesen hat dann habe ich mir das mal angeschaut und habe ich halt mal ich verkauft da war es damals für sechs euro oder was oder sieben euro habe ich die erste in der laser gekauft und aktuell sind hier über über 30 euro oder sowas ja also keine ahnung 200 prozent das weiß ich auf jeden fall vielleicht auch noch mal extra video darüber das war es ein kurzes update ich habe echt viel zu tun ich mache demnächst hoffentlich mal wieder mehr videos bis dahin sein thomas klein und tschüss bis zum nächsten bis zum nächsten